Heute bin ich nicht alleine da. Ich weiß gar nicht, wer welche Community als erstes begrüßt. Das Webinar ist gemeinsam mit Malt. Und ich glaube, ihr habt auch mehr angekündigt und die meisten kennen euch, glaube ich, auch mehr. Vielleicht schreibt ihr das rein, ob ihr eher Contest oder eher Malt kennt. Ich kann euch versprechen, anschließend werdet ihr beide kennen. Aber Rebecca, du darfst gerne das Intro übernehmen. Super, danke. Team Contest, Team Malt. Aber eigentlich ist es eine schöne Partnerschaft. Ja, ich kann mich kurz vorstellen. Ich bin die Rebecca. Ich bin Community Developer bei Malt. Was oder wer ist Malt? Malt ist ein Freelance Consultant Marktplatz. Gegründet wurde es in Frankreich vor fast zehn Jahren von zwei Freelancer, die natürlich auch einen Marktplatz für Freelancer auch erstellen wollten. Ihr Ziel war auch, dass Freelancer viel mehr Choice haben, mit wem sie zusammenarbeiten, wie, was Tagessatz angeht und so weiter. Wir haben mittlerweile in der DACH-Region zumindest 32.000 Freelancer, die Malt benutzen und ein Profil auf Malt erstellt haben. Und europaweit gerade über 500.000 schon. Und über 60.000 Kunden, die ihre Projekte auf Malt hochladen bzw. Freelancer suchen oder Talent suchen für ihre Projekte. Und was uns jetzt so ein bisschen besonders macht, würde ich sagen, ist, dass wir viel für die Community machen. Daher gibt es ja auch meine Stelle. Wir machen super viele Live-Events. Ich war jetzt letzte Woche auch in Berlin und wir hatten zwei Events veranstaltet. Wir machen wöchentlich Webinare und alles ist durch unsere Newsletter und auf Social Media geteilt. Genau, wir hatten auch letztes Jahr im November mit dem Melchior ein großes Event in Berlin mit über 100 Freelancer gemacht. Und wir haben auf jeden Fall vieles vor dieses Jahr. Auf Malt kannst du kostenlos ein Profil als Freelancer erstellen. Es ist auch mittlerweile kostenlos für Freelancer. Das heißt, es wird keine Provision abgezogen, wenn du ein Freelancer in Deutschland bist und auch in Deutschland angemeldet bist. Kunden können dich über zwei Wege finden. Das erste ist über den Direct Search und das zweite ist, dass ein Kunde ein Projekt auf Malt einbrieft. Und da würden Keywords zusammen mit deinem Profil gematcht. Das heißt, wir benutzen einen Algorithmus und daher ist es super wichtig, dass dein Profil so gut wie möglich ausgefüllt ist, dass du eben auch gefunden werden kannst. Wir haben ein super Community-Team. Wir haben zwei Freelance-Success-Managerinnen, die dir gerne Tipps zum Profil geben können. Wir haben zweimal im Monat dafür Onboarding-Webinare und auch ein Customer-Support-Team, die dir mit alles an Rechnungen und sowas über Malt helfen kann. So viel zu mir. Falls ihr Fragen zu Malt habt oder gerne mehr erfahren möchtet, dann könnt ihr mich eine E-Mail schreiben bzw. communityatmalt.de und dann werde ich dir auch antworten. Vielen, vielen Dank dir. Ich war selber oder bin auch nach wie vor registriert auf Malt als Freelancer. Ich habe mich jetzt in den letzten Jahren ganz offensichtlich mehr mit Contest beschäftigt und ich wurde genötigt, dazu einen Arbeitsvertrag zu unterschreiben hier. Das heißt, ich bin aktuell nicht als Freelancer tätig, aber ich habe ein Video auch verlinkt in einer Videobeschreibung, das könnt ihr euch später auch gerne mal in Ruhe anschauen. Da bin ich genau auch einmal durchgegangen, wie funktioniert Malt. Ich glaube, ich habe mein Profil gezeigt oder das von uns, also von unserem Unternehmen. Genau. Ich habe das letzte Mal gesehen, nachdem es online gegangen ist oder kurz bevor es online gegangen ist. Aber genau, da habe ich das auch einmal gezeigt, wie es funktioniert. Kann ich tatsächlich persönlich sehr empfehlen und auch, dass ihr wachst. Macht das Ganze natürlich auch auf der Kundenseite natürlich für die Freelancer interessant. Ich glaube, so als Key-Learning, warum eigentlich Malt? Mein Durchschnittsstundensatz, den ich abrechnen konnte auf Freelancer-Seiten, war auf Malt mehr als doppelt so hoch als auf Upwork, obwohl ich auf Upwork eine deutlich größere Legacy habe. Das liegt ein bisschen daran, weil ich halt nicht mit jedem Inder in Filipino mit ganz, ganz niedrigen Lebenshaltungskosten preislich konkurrieren musste. Was aber halt auf diesen ganzen weltweit ausgerichteten Plattformen immer der Fall ist. Und das ist auf Malt halt nicht so. Das ist halt sehr europäisch. Das heißt, da sind auch sehr, sehr viele, viel, viel mehr deutsche Kunden, europäische Kunden, die das halt einfach auch gewohnt sind und wertschätzen können, wenn du von hier gute Arbeit machst. Und das ist halt tatsächlich auf den anderen Plattformen anders. Und das war für mich der Grund, warum ich irgendwann rüber den Shift gemacht habe zu Malt, obwohl ich auf Upwork eigentlich viel mehr Reputation auf dem Profil hatte. Das ist einmal das. Und ein anderes großes Thema tatsächlich, da gibt es auch ein, zwei, drei Videos auch schon auf dem Kanal, kommt in Zukunft tatsächlich auch noch viel mehr, ist das ganze Thema Abrechnung. Das macht Malt meiner Meinung nach sehr, sehr viel besser oder beziehungsweise als einzige Plattform überhaupt richtig, weil das Problem ist, dass ganz viele Freelance-Plattformen sind außerhalb der EU, haben ihren Sitz, irgendwo in Singapur, irgendwo in den USA oder so. Und die interessiert es jetzt überhaupt nicht, wie in Deutschland eine Rechnung aussehen muss oder in Europa. Also grundsätzlich kann man sagen, innerhalb Europa ist die Rechnungsstellungsvorschriften ziemlich ähnlich, weil das Umsatzsteuerrecht innerhalb der EU ist ziemlich gleich. Wenn aber die Plattform, über die ich arbeite, aus den USA kommt oder ein Hauptsitz in Singapur oder in Israel oder wo auch immer hat, dann wissen die halt nicht, wie Rechnungen vernünftig aussehen. Und dann bin ich als Freelancer immer so ein bisschen aufgeschmissen, weil ich einfach für meine Buchhaltung gar keine richtigen Abrechnungen habe. Also überhaupt die Unterscheidung zwischen Brutto- und Nettopreis ermöglicht mir keine einzige Plattform außer eine europäische Plattform. Und da landet man dann immer irgendwie beim Malt. Das ist so jetzt mein rein subjektiven Gründe, wo ich gesagt habe, das ist immer der Grund, warum man sich, wenn man so Freelance-Tätigkeiten macht, auf Malt ganz gut aufgehoben ist. Natürlich kann man auch nicht jedes Geschäftsmodell auf einer Freelance-Plattform, ich meine, wenn ihr einen eigenen Online-Shop habt, irgendwie über Etsy-Shop und so, dann ist ganz offensichtlich nicht das Richtige. Aber vielleicht, Rebecca, magst du noch einmal ganz kurz, mit welchen Tätigkeiten sollte ich mir denn jetzt mal Malt anschauen? Was wird denn so vermittelt auf eurer Plattform am meisten? Also wir haben eigentlich eine ganz bunte Mischung, also unser Freelancer-Pool. Wir haben einen Riesenteil an Creative Freelancers, also es heißt Graphic Design, Fotografie, UX-UI-Design. Auch unser Tech-Bereich ist sehr groß, Front-End, Back-End, Full-Stack-Developer. Und dann gibt es halt auch so Bereiche, die vielleicht vorher nicht so als klassische Freelancer-Rollen auch gesehen wurden, aber immer mehr werden. Und das sind Stellen auch im Human Resources oder Personalabteilung und so weiter. Also eigentlich eine ganz bunte Mischung gerade. Ja, pendelt sich jetzt so ein bisschen aus. Also Malt gibt es jetzt erst drei Jahre in Deutschland, in Frankreich ist es ein bisschen weiterentwickelt. Also wir haben eigentlich fast was für alle Bereiche. Ich hoffe, das hat auch deine Frage so beantwortet. Schön. Ja, aber das ist ja immer so. Also klar, es ist für einige Segmente. Ich weiß, ich weiß so ein bisschen zumindest jetzt von unserer Follower-Schaft und von der Kontist-Kundenbasis. Gibt es halt auch einfache andere, die, genau, ich würde mal sagen, die eher Produkte erstellen. Die haben natürlich, ich will nicht sagen, nichts auf einer Freelance-Plattform zu suchen, aber die haben halt ein grundsätzlich anderes Geschäftsmodell. Und deswegen glaube ich, das war nochmal wichtig zu sagen, für wen ist das denn jetzt interessant, um sich das anzuschauen. Damit melde ich mich jetzt ab. Danke dir, Rebecca. Danke. Ich sehe schon die Fragen. Warte, ich wechsle einmal rüber und damit solltet ihr das Tool sehen. Wie verbucht man ein Smartphone-Notebook korrekt, das man zu 50% beruflich nutzt und 50% privat nutzt? Wie verhält sich das insbesondere mit der Umsatzsteuer? Sehr gute Frage. Also wichtig, also erstmal die Unterscheidung. Smartphone-Notebook, also ein Laptop muss nicht mehr abgeschrieben werden. Also du musst das Laptop nicht mehr ins Anlagevermögen aufnehmen und über die Anschaffungskosten über mehrere Jahre aufteilen. Bei einem Smartphone muss man das leider machen. Wichtig auch da, das gilt halt ab 800 Euro netto. Das heißt 952 Euro Bruttopreis. Wenn ihr drüber liegt, muss es abgeschrieben werden, das Smartphone. Laptops müssen nie mehr, also gar nicht abgeschrieben werden, auch wenn ihr für 3000 Euro, für 10.000 Euro ein iMac Pro, falls es das so gibt, kauft, müsst ihr das nicht mehr machen. 100% korrekt ist es, so ein bisschen so wie bei einem Firmen-Kfz ehrlicherweise. Und zwar bucht ihr die Anschaffung zu 100% als Betriebsausgabe. Ihr nehmt das komplette Gerät ins Betriebsvermögen. Das heißt, ihr bucht wirklich den kompletten Preis einmal als Betriebsausgabe und habt dann auch den kompletten Vorsteuerabzug. Weil das war die Frage, wie verhält es sich insbesondere mit der Umsatzsteuer? Du machst die 100% der Umsatzsteuer geltend. Aber, weil du es ja nur zu 50% betrieblich nutzt, entnimmst du ja quasi eine Leistung aus dem Unternehmen. Das ist so ein bisschen wie beim Kfz. Wenn ich ein Firmenfahrzeug kaufe, dann mache ich auch 100% der ganzen Kosten als Geschäftsausgabe und muss dann mit der Fahrtenbuchmethode oder der 1%-Methode den privaten Nutzungsanteil ermitteln. Und das ist so, ich nenne es manchmal umgangssprachlich Fake-Umsatz. Das ist eine Leistungsentnahme. Das seht ihr auch in der Einnahmenüberschussrechnung und in jedem Buchhaltungsprogramm, was ihr benutzt, seht ihr die Positionen, Leistungsentnahme, unentgeltliche Wertentnahme, irgendwie sowas in die Richtung ist das meistens beschrieben. Und das bucht ihr quasi mit der Hälfte des Wertes. Und auf diese Leistungsentnahme entfällt Umsatzsteuer. Das heißt, ihr bucht eigentlich die gesamten Kosten einmal rein und dann 50% davon wieder als Nutzungsentnahme quasi. That's it. Ich hoffe, das hat grob geholfen. Also genau, so buchst du das. Erstmal 100% in Aufwand und dann halt 50% wieder raus. Das ist jetzt so die 100% korrekte Methode. Ganz ehrlich, wenn du irgendwo noch ein altes Gerät zu Hause hast, würde ich immer sagen, ich nutze ein Gerät halt 100% betrieblich. Und das andere 100% privat. Das ist für die Buchhaltung immer sauberer, wenn du einfach sagst, okay, ich habe noch ein zweites, was ich privat nutze. Wenn ihr es ein bisschen einfacher machen wollt, gerade bei den Dingen, die nicht abgeschrieben werden müssen, also Smartphones unter 800 Euro netto und Laptops, kannst du im Zweifel auch 50% einfach nur als Kosten buchen. Also du kannst theoretisch auch 50% in den Kosten buchen und dann musst du keine Leistungsentnahme verbuchen, weil du einfach sagst, 50% ist halt als Kosten ins Unternehmen geflossen. Das Finanzamt würde sich da meistens nicht beschweren, aus dem einfachen Grund, weil das für die Steuer genau das Gleiche ist. Ob du 100% in Kosten buchst und 50% quasi den Gewinn erhöhst oder aber ob du nur die Differenz buchst. Das ist vom Ergebnis her genau das Gleiche. Nächste Frage. Welche Nachweise benötige ich für meine dreitägige Geschäftsreise? Ticketbelege für das Freitags- und Samstagsevent sowie mein Flug am Montag dienen als Nachweis. Also das reicht in der Regel. Wir haben tatsächlich zu dem ganzen Thema Reisekosten auch schon einige Videos aufgenommen. Aber genau, wenn du ein Event besuchst, was von Freitag bis Samstag geht, eine Konferenz, eine Messe, was auch immer, dann hast du einen Hinflug, Hinfahrt und zurück. Was halt da immer wichtig ist, weil wenn Samstag das Event ist und du fliegst Montag zurück, dann solltest du irgendwie nachweisen, dass du Sonntag nicht privat da warst. Also es kann ja sein, dass wenn Sonntag zum Beispiel kein Flug geht oder Sonntag ist der Flug so viel teurer, dass du deswegen Montag geflogen bist und so weiter. Das solltest du nachweisen können, dass im Zweifel, keine Ahnung, Screenshots von Flugvergleichsseiten und solche Sachen, dass du wirklich nachweisen kannst, dass du sagst, guck mal, das ist notwendig gewesen. Und deswegen bin ich am Sonntag auch betrieblich da gewesen. Weil es kann ja auch sein, wenn du irgendwo hinfliegst, Freitag, Samstag, gehst auf eine Konferenz irgendwo hin und dann bist du am Sonntag noch da, weil die Natur ist so schön und wolltest privat spazieren gehen. Oder weil du hast Freunde in der Gegend und die besuchst du am Sonntag und so, das kannst du machen, dann musst du allerdings die Reisekosten aufteilen. Aber dann musst du halt sagen, Freitag, Samstag war dann betrieblich, Sonntag war privat und dann hast du halt nur zwei Drittel betriebliche Veranlassung. Das heißt, die Flugtickets kannst du dann nur zu zwei Dritteln absetzen quasi. Das heißt, das musst du aufteilen und du brauchst irgendeinen Nachweis, dass die gesamte Reise halt betrieblich veranlasst war. Aber ansonsten reicht der Ticketbeleg, genau, du hast ja für irgendwas ein Ticket und das sollte ausreichen, also das reicht in der Regel aus. Wenn es ein Messekongress ist und so weiter, ist es vollkommen fein. Wenn du dich für so ein Netzwerk, keine Ahnung, so eine Mastermind für so ein Netzwerktreffen triffst und sowas, kein offizielles, wo du keine Eintrittskarte oder so hast, in der Frage steht schon, du hast sowas, dann kannst du das auch bestätigen lassen. Das wissen meistens auch so Eventveranstalter und so weiter. Dann gibt es einmal einen Bogen, bla bla bla, das haben wir besprochen, das waren die Inhalte und so weiter. Dann hast du so eine Teilnehmerzertifikat. Das würde ich dir grundsätzlich empfehlen, wenn du das nicht hast, dass derjenige, der das organisiert, das einfach irgendwie noch einmal schriftlich festhält. Und das reicht vollkommen als Nachweis. Wie viel sollte ich als nebenberuflich selbstständig prozentual ungefähr für die Einkommensteuer beiseite legen? Sind 50% zu viel bzw. nicht notwendig? Sehr gute Frage, sehr häufig gefragt. Sieht man auch hier gerade, sieben Leute haben gesagt, das interessiert mich auch. Das Ganze ist natürlich so pauschal leider nicht zu beantworten. So leid es mir ja auch richtig tut, weil du zahlst Einkommensteuer. Also du hast als Selbstständiger ja sowieso mit drei Steuerarten grundsätzlich zu tun. Und zwar einmal der Einkommensteuer, der Gewerbesteuer unter Umständen, als Freiberufler nicht, und der Umsatzsteuer. Die Umsatzsteuer, weißt du, berechnet sich anhand deines Umsatzes, also auf jeder Art deiner Rechnung drauf. Das ist sowieso immer schon mal so ein relativ schwieriger Part. Und die Umsatzsteuer ist ein bisschen abhängig davon, wie viel Geld du, also wie viel Kosten du auch hast und wie viel Vorsteuer du Geld machen kannst und so weiter. Das lässt sich also relativ schwierig ausrechnen. Wenn du eine laufende Umsatzsteuer-Voranmeldung machst, dann solltest du da eigentlich kein großes Problem haben. Zumindest wenn du monatlich Umsatzsteuer-Voranmeldung machst, weil dann zahlst du ja monatlich das Geld auch ans Finanzamt. Deswegen, Umsatzsteuer ist ein bisschen tricky. Da solltest du generell immer nur mit den Nettopreisen rechnen. Und dann, also das ist erstmal das, die Gewerbesteuer kannst du in deiner Kalkulation immer vernachlässigen. Aus einem einfachen Grund, weil wenn du Freiberufler bist, dann zahlst du keine Gewerbesteuer. Und wenn du Gewerbetreibender bist, dann kannst du die Gewerbesteuer, die du zahlst, auf die Einkommenssteuer anrechnen und zahlst entsprechend weniger Einkommenssteuer. Deswegen brauchst du gar nicht für die Gewerbesteuer separat extra was zurücklegen, selbst wenn du Gewerbetreibender bist. Weil klar, die Einkommenssteuer wäre niedriger und dann, genau, dann passt es das ja quasi. Ich möchte an dieser Stelle natürlich erwähnen, dass das Contest für dich berechnet, also das Umsatzsteuerproblem hast du nicht. Aber du musst ja irgendeinen Prozentsatz eingeben in der Contest-App, was jetzt der richtige Prozentsatz ist. Und wir haben da ein Tool, das nennen wir Taxator, postet den Link einmal in den Chat. Da könnt ihr ein paar Angaben machen zu euch und eurer sonstigen Einkommen und Kosten. Das habe ich jetzt gerade mal in den Chat gepostet. Da könnt ihr einfach mal eure Zahlen eintragen. Ihr müsst da keine E-Mail-Adresse eingeben oder sowas. Das könnt ihr einfach ausprobieren und mal eure Zahlen eintragen und dann sagt dieses Tool euch den Prozentsatz, wie viel ihr zur Seite legen solltet. Und da ist auch die zweite Frage tatsächlich, nee, die dritte Frage ist, wie viele sonstige Einkünfte du hast. Und du fragst ja als nebenberuflicher Selbstständiger, weil das ist natürlich sehr, sehr abhängig. Was heißt nebenberuflich? Hast du als anderen Job, hast du da einen Minijob, verdienst 500 Euro im Monat, dann erhöht das deinen Steuersatz gar nicht. Oder hast du einen anderen Job, wo du 150.000 im Jahr verdienst, dann ist dein Steuersatz natürlich wahnsinnig hoch. Ich kann dir grundsätzlich sagen, gut, das ist nicht die Frage, 50% wird nie zu wenig sein. Also bei 50% zahlst du maximal Einkommenssteuer 45%, dann kommt Umsatzsteuer eventuell noch dazu. Aber um wirklich bei durchschnittlich 45% Einkommenssteuer zu sein, da musst du auch schon sechsstellig im Jahr Gewinne machen. Also sechs, siebenstellig wahrscheinlich fast. Also da musst du schon richtig viel verdienen und das ist schon sehr, sehr selten. Wichtig ist, du nimmst den Durchschnittssteuersatz und das ist der Prozentsatz, den du zur Seite packen solltest. Nächste Frage. Mein Internetanschluss ist privat und geschäftlich genutzt. Wie kann ich die Providergebühr steuerlich geltend machen? Ja, du machst eine vernünftige Schätzung. Du dokumentierst das irgendwie, wie hoch ist der Nutzungsanteil und so weiter. Ey, wenn du zu Hause arbeitest, würde ich dir empfehlen, mach 50-50, dann setzt du 50% der Kosten für dein Internet einfach in deiner Buchhaltung an. Hast tatsächlich für 50% auch den Vorsteuerabzug. Das heißt, du kannst die Kosten reinbuchen, du kannst Vorsteuergeld machen und so weiter. Ich würde dir das tatsächlich rein praktisch empfehlen, dass du denn, wenn du das absetzen möchtest, die Internetkosten auch über dein Geschäftskonto bezahlst und dann halt immer die Zahlung quasi aufteilt. 50% ist Privatentnahme, 50% ist Internetkosten mit Vorsteuerabzug. Du musst das einmal vernünftig nachvollziehbar schätzen. Da gibt es nicht wirklich die richtige beste Methode. Ich kann dir nur sagen, ich tatsächlich früher in meiner Ausbildung habe das gemacht, indem ich, damals war noch so Handy, da bin ich tatsächlich hingegangen mit so einem Textmarker und habe so bei Handys so Einzelverbindungsnachweis markiert. Ich habe gesagt, das sind die ganzen privaten Telefonnummern, das sind die ganzen geschäftlichen und dann habe ich den Prozentsatz ausgerechnet. So ein bisschen wie so ein Fahrtenbuch. Das musst du nicht machen. So teuer ist Internet auch nicht, dass da jetzt irgendein Hahn nach kräht, ehrlicherweise so rein praktisch gesehen. Deswegen, das kannst du einfach schätzen. Wichtig ist, das musst du begründen können. Das musst du selber begründen können, dass das so richtig ist, was du da schätzt. Das ist der entscheidende Faktor, dass du das irgendwie begründen kannst. Aber wenn du zu Hause arbeitest und sagst 50-50, dann wird da auch dir keiner einen Streck draus drehen. Nächste Frage. Das heißt, ein Notebook über 952 Euro muss nicht in der EÜR ins Anlageverzeichnis AV-EÜR, sondern wird in der EÜ als Betriebsausgabe angegeben als Arbeitsmittel. Richtig, genau. Das ist genau so. Notebooks können 20.000 Euro kosten, also Computer generell. Computer, Laptops und so weiter müssen nicht mehr ins Anlagevermögen aufgenommen werden, müssen nicht mehr über die Nutzungsdauer abgeschrieben werden. Das waren ja immer drei Jahre, dass du das über drei Jahre aufteilen müsstest. Die kannst du sofort einfach weg in Aufwand. Ist deswegen sehr, sehr schön. Deswegen kannst du theoretisch an Silvester auch noch hingehen, fünf Laptops kaufen und alle sofort in dem Jahr auch noch 100% von der Steuer absetzen. Das ist neu seit letztem oder vorletzten Jahr. Also es ist tatsächlich eine relativ neue Regelung. Das hat der Gesetzgeber gemacht, weil er gesagt hat, naja, die technische Innovationsgeschwindigkeit ist so schnell. Kein Mensch arbeitet drei Jahre lang am gleichen Laptop. Dem kann ich folgen. Also ich verstehe das, ich höre, also ich lese das, verstehe das und frage mich gleichzeitig, warum die das bei Smartphone nicht genauso geregelt haben. Also ich meine, bitte, ey, Smartphones tausche ich schneller aus als mein Laptop. Aber fair enough, für Laptops und für Computer ist das erstmal eine gute Neuigkeit. Nächste Frage. Wie prüft das Finanzamt, ob ein Geschäftsessen wirklich betrieblich veranlasst ist? Auch hier prüft das Finanzamt, also gut, schon mal besser gefragt, du musst es erstmal, klar, du musst einen Bewirtungsbeleg ausfüllen. Das Finanzamt möchte nicht mit eingeladen werden, um es mal zu prüfen und das Gesprächsprotokoll zu sehen für ein Geschäftsessen. Bei Geschäftsessen geht es so ein bisschen nach, also wie glaubwürdig ist denn das eigentlich? Du musst ja einen Bewirtungsbeleg ausfüllen und da steht ja bewirtete Person, da steht drauf, was ihr gegessen habt, also wie viele Leute da waren. Da steht aber auch ganz konkret drauf, zumindest wenn du es richtig machst, worüber ihr gesprochen habt. Das heißt, was war der Anlass, warum ihr das getroffen habt? Wenn du mit der gleichen Person fünfmal im Monat essen gehst und dann nie ein Auftrag oder nie eine Zusammenarbeit, nie ein betriebswirtschaftlich sinnvolles Projekt rausgekommen ist und du das trotzdem über Monate und Jahre tust, dann darf das Finanzamt im Zweifel halt hingehen und sagen, ja, das ist ein bisschen privat. Aber auch hier standardmäßig, du machst ja deine Buchhaltung, du hast jetzt die Geschäftsessen irgendwo unter Bewirtungskosten abgebucht, schickst das an das Finanzamt und standardmäßig fragen die ja nicht nach. Die fragen dann auch vielleicht, wenn du mal die Steuererklärung einreißt, könnten sie mal sagen, stichprobenartig fragen oder halt in der Betriebsprüfung und dann sagen sie, ah, bisschen viel, bisschen wenig und so. Aber wir bewegen uns da ganz viel schon bei nicht mehr so ganz 100% harten Regeln, wo es ein Schwarz oder Weiß gibt, sondern ganz vieles muss man im Kontext sehen. Du kannst, wenn du Berater bist und für ein Beratungsprojekt 100.000 Euro abrechnest und dafür nur zwei Wochen arbeitest, das mag ja sein, sowas gibt es. Oder du handelst mit irgendwelchen Lizenzen und wenn du ein Deal machst, dann sprudeln die Millionen. Du, was gibt es ja. Das rechtfertigt ist unter Umständen drei Jahre lang mit der gleichen Person jeden Montag essen zu gehen. Wichtig ist halt nur, dass du das Ganze glaubhaft vermitteln kannst. Wenn du aber jeden Montag essen gehst, 50 Euro für Essen auf dem Kopf haust und anschließend hast du jeden zweiten Monat mal eine 200-Euro-Rechnung, die du schreiben kannst, ja, dann ist das halt, dann passt das nicht. Also weißt du, ein Geschäftsessen muss so sein, wie das auch ein, ich würde mal sagen, ich sage immer ganz gerne, wie so ein fremder Geschäftsführer in deinem Unternehmen auch diese Entscheidung getroffen hätte. Und dann prüft das Finanzamt nicht jeden einzelnen Bewirtungsbeleg in der Regel nach, sondern es muss halt im Kontext angemessen sein. Aber ja, also was wollen sie mehr prüfen? Für dich das größte Risiko ist halt irgendwann, dass sie sagen, nee, das ist nicht angemessen oder das darfst du nicht immer absetzen. Deswegen empfehle ich auch, dass du ganz konsequent ausführlich dokumentierst. Also so ein ausgefüllter Bewirtungsbeleg ist wahnsinnig wichtig und ehrlicherweise muss ich auch sagen, wahrscheinlich mit der häufigste Fehler, das ist, wir reden hier sehr viel über Theorie, die Praxis sagt mir, 80% der Bewirtungsbelege, die wir in der Buchhaltung sehen, sind falsch. Und dem geht das immer wieder zurück oder wir sagen, okay, kannst du nicht absetzen, einfach weil so ein Bewirtungsbeleg vernünftig ausgefüllt sein muss. Mit Grund. Und Geschäftsessen ist kein ausreichender Grund, sondern da muss dann halt stehen, Projektbesprechung bei Projekt, ich weiß nicht, wenn ich jetzt mit Rebecca Essen gehe und das konkret, das Webinar für heute bespreche, dann wäre das ein Anlass. Wenn ich jetzt einfach sage, hier mit Rebecca von Malt einmal Geschäftsessen, reicht das nicht aus. Wenn ich aber sage, Besprechung, YouTube-Livestream vom, ich habe keine Ahnung, 6. April, dann wäre das ein ausreichender Grund, weil das ist eine geschäftliche Kooperation, weil sie das Ding beworben haben und sie, ihr habt selber mitgehört. Wisst ihr, das ist ein ausreichender Grund. Dazu haben wir übrigens auch ein Video aufgenommen, wie so ein Bewirtungsbeleg aussehen müsste oder soll, darf. Wichtig ist, dass ihr das macht. Und wenn ihr das konsequent macht, dann kann ich euch schon mal sagen, dann gehört ihr schon zu den Top-Dritteln. Und dann kriegt ihr in der Regel auch keinen Ärger mehr im Finanzamt, weil ich meine, für das Finanzamt ist es viel einfacher, die Bewirtungskosten zu verwerfen, wo es diese ganzen Belege nicht gibt. Nächste Frage von Dani. Die Frage ist, gibt es Fälle, bei denen man trotz Überschreitung der Kleinunternehmerregelung, im Folgejahr nicht die Regelbesteuerung fällt. Einfache Frage, einfache Antwort, nein, gibt es nicht. Wenn du über diese 22.000 Euro Umsatz bist, dann bist du im folgenden Jahr kein oder keine Kleinunternehmer, Kleinunternehmerin mehr. Gibt es keinen Grund. Das Einzige, was man hier vielleicht noch dazu sagen kann, ist, die 22.000 Euro beziehen sich nicht auf den vollständigen Umsatz. Wenn du Umsatz im Ausland machst, zum Beispiel, weil du das Amazon Partnerprogramm haben, weil wir es früher als Beispiel hatten, dann hast du ja einen B2B Umsatz mit dem Sitz im Ausland. Ich habe das vorhin reinkopiert, das ist hier nicht steuerbarer Umsatz. Und tatsächlich fällt dieser in Deutschland nicht steuerbare Umsatz auch nicht in diese 22.000 Euro Grenze. Du kannst also rein theoretisch, wenn du 100.000 Euro Umsatz im letzten Jahr gemacht hast, aber 80.000 Euro waren der Ort des Umsatzes, das war nicht Deutschland, sondern irgendwo im Ausland, dann kannst du tatsächlich in diesem Jahr noch die Kleinunternehmerregelung ansprechen. Wenn du 100.000 Euro Umsatz gemacht hast, 80.000 waren im Ausland, 20.000 waren nur im Inland, dann ziehen nämlich nur die 20.000 Euro für die Berechnung der Kleinunternehmerregelung. Und dann kannst du tatsächlich mit 100.000 Euro Gesamtumsatz in diesem Jahr tatsächlich noch Kleinunternehmer sein. Das ist die einzige Ausnahme, wenn der Umsatz nicht in Deutschland war. Nächste Frage. Welche Steuererklärung muss ich als Neuunternehmer wann abgeben? Vor allem, wenn man Anschaffungen hat, wo man Vorsteuer bezahlt hat. Du hast grundsätzlich drei Steuererklärungen, mit denen du dich beschäftigen musst. Einkommenssteuererklärung, Gewerbesteuererklärung, Umsatzsteuererklärung. Gewerbesteuer immer nur, wenn du kein Freiberufler bist. Also gewerbetreibend, wenn du einen Gewerbeschein hast, dann musst du dich mit der Gewerbesteuer beschäftigen. Wenn du Freiberufler bist, Einkommenssteuer und Umsatzsteuererklärung. Ich lese so ein bisschen aus deiner Frage raus, dass sich das Ganze bezieht, wann kriegst du die Vorsteuer wieder? Also ganz simples Beispiel, du hast ein Auto gekauft für 60.000 Euro. Und in den 60.000 Euro sind da ungefähr 10.000 Euro Umsatzsteuer und 50.000 Euro ist eigentlich nur der Nettoanschaffungspreis. Natürlich würdest du diese 10.000 Euro Umsatzsteuer so schnell wie möglich gerne wiederhaben. Wenn du gerade neu gegründet hast und nicht Kleinunternehmer bist, wichtig, wenn du Kleinunternehmer bist, dann hast du gar keine Möglichkeit, diese Vorsteuer wiederzubekommen. Wenn du kein Kleinunternehmer bist, dann musst du als Gründer in dem Gründungsjahr und in dem nächsten Jahr, also quasi in den ersten beiden Kalenderjahren, in denen deine Selbstständigkeit existiert, eine Quartalsweise Umsatzsteuerforenmeldung abgeben. Das heißt, für jedes Kalenderquartal gibst du eine Umsatzsteuerforenmeldung ab. Und zwar musst du die innerhalb von 10 Tagen nach dem Quartal abgeben und da packst du dann die Anschaffung natürlich rein und dann kriegst du damit die Vorsteuer überwiesen. Und die kriegst du auch ziemlich schnell überwiesen. Das dauert eine Woche, manchmal anderthalb. Was ich dir schon mal sagen kann, wenn die Anschaffung wirklich groß ist, dann kannst du dich da tatsächlich darauf verlassen, dass da das Finanzamt in der Regel nachfragst. Also wenn du komplett neu startest und gleich in der ersten Umsatzsteuerforenmeldung und in der zweiten 10.000 Euro Erstattung haben möchtest, wird das Finanzamt hundertprozentig die Rechnung sehen wollen. Da ist meine Erfahrung, das ist mehr als, es ist eigentlich immer der Fall. Also das wollen die immer sehen. Das kann man sich im Zweifel tatsächlich auch direkt, wenn du es machst, zumindest wenn du es über Elster machst, kannst du sagen, du willst Belege mit einreichen, dass du es gleich mitschicken kannst. Du kannst im Zweifel auch ungefragt, wenn du weißt, wer das Finanzamt ist, dann kannst du den Beleg im Zweifel einfach mit gleich einreichen. Genau. Ich hoffe, damit das beantwortet die Frage. Als Gründer musst du quartalsweise die Umsatzsteuerform-Meldung abgeben und dann kannst du dir halt am Ende des Quartals oder am Anfang des nächsten Quartals die Vorsteuer wiederholen. Nächste Frage von Fitness Mike. Hallo, ich betreibe Instagram als Fitness-Influencer. Kann ich Fitness essen wie Proteine und Zutaten für ein Kalorien-Shake absetzen und das Fitness-Studio? Haha, sehr, sehr gute Frage. Grundsätzlich, was kannst du absetzen? Und ich mache es mal ein bisschen weiter. Die wenigsten von euch sind Fitness-Influencer. Fitness Mike ist es, aber vielleicht haben viele Leute von euch irgendwelche Geschäftsausgaben, wo man sagt, das habe ich, diese Kosten habe ich, aber die haben eigentlich andere nicht. Darf ich das eigentlich absetzen? Die Antwort ist ja. Die Antwort ist aber auch wahrscheinlich nicht vollständig. Das Finanzamt darf dir nicht verbieten, bestimmte Kosten zu haben. Wenn du Kosten hast, die gut für deine Selbstständigkeit sind, die dein Unternehmen pushen und du damit quasi mehr Umsätze generierst, dann darfst du diese Kosten absetzen. Darfst du. Das Einzige, was das Finanzamt schon sagen darf, ist, ich glaube dir nicht, dass das ausschließlich für deine Selbstständigkeit ist. Das heißt, du darfst die Kosten absetzen. Das Finanzamt ist keine, ich sage mal ganz gerne, das Finanzamt ist keine Unternehmerpolizei, die dir vorschreibt, welche Kosten du haben darfst und welche nicht. Du bist der Unternehmer, Fitness Mike, und du darfst entscheiden, das war jetzt wichtig für mein Unternehmen, diese Kosten zu haben und da darf das Finanzamt quasi nichts drüber nicht urteilen. Was das Finanzamt aber sagen darf, ist, na, du gehst jetzt ja nicht nur ins Fitnessstudio oder hast ja nicht nur die Proteine und Zutaten für deine Kalorien-Shakes, nicht nur für dein Instagram. Das machst, nutzt du ja auch privat. Also auch deine private Fitness steigt ja. Und auch, du gehst ja auch irgendwann im Fitnessstudio mal trainieren, wenn die Kamera aus ist beispielsweise. Und das bedeutet am Ende genau das Gleiche, was wir vorhin schon hatten mit Handy und privatem Internet und Firmen-Kfz und solche Sachen, aufteilen. Du kannst halt hingehen und sagen, du musst es irgendwie vernünftig schätzen. Und da geht es wirklich darum, du musst es irgendwie begründen können. Du kannst ja hingehen und sagen, Fitnessstudio, jedes zweite Mal, wenn ich da bin, mache ich irgendeine Instagram-Story, bla 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 und hier und da. Und so 50% von den Kosten kannst du dann in die Betriebsausgaben buchen. Und für das Ganze Lebensmittel zubereiten. Es ist auch bei allen Koch-Influencern und so, die so Kochshows machen und so weiter. Die dürfen das Essen, was sie quasi verbrauchen in der Content-Erstellung, dürfen sie tatsächlich absetzen. Und das würde ich einfach, das musst du aufteilen. Wenn du es absetzen möchtest, musst du das aufteilen. That's it. Das heißt, die Zutaten darfst du absetzen, ja. Du musst es irgendwie dokumentieren, dass du sagst, das war jetzt für die Content-Erstellung und das war von dem Einkauf jetzt das Gleiche. Wenn du so eine ganze Packung Fitnessriegel kaufst und zwei in die Kamera hältst und so, dann kannst du halt zwei absetzen von den 20, die da drin waren. Fitness Mike sagt, alles klar, danke dir. Das heißt, wenn ich einkaufen mit meiner Contest-Bankkarte zahle, dann bei Lex Office 5050 machen. Exakt genauso. Das kannst du übrigens bei Contest ja auch machen. Für die Steuerrücklage kannst du, zumindest in der mobilen App, kannst du einfach hier drauf gehen und sagen, buchen auf, splitten, 50 Prozent privat, 50 Prozent mit Vorsteuerabzug. Ich habe als Social-Media-Managerin und UGC-Creatorin erfahren, dass ich jetzt doch nicht freiberuflich sein darf. Kann ich das rückwirkend anmelden und meine Steuererklärung für 2022 machen? Ja, genau. Ganz, ganz wichtiger Punkt, du bist nicht freiberuflich, UGC-Creator, bist du gewerblich tätig. Wenn das letztes Jahr ist, ja, kannst du rückwirkend ändern. Du kannst für letztes Jahr ohne Probleme auch noch deine ganzen Steuererklärungen machen. Überhaupt gar keinen Stress. Gibst halt zusätzlich eine Gewerbesteuererklärung an, meldest einen Gewerber nochmal an. Da ist aber das Kind nicht im Grunde gefallen. Überhaupt gar kein Problem. Sei froh, dass es dir heute, dieses Jahr aufgefallen ist und nicht in acht oder in zehn Jahren, weil dann hättest du für acht oder zehn Jahre Gewerbesteuern nachzahlen müssen. Ist bei dir kein großes Ding. Du kannst die Gewerbesteuer nämlich auch in deiner Einkommenssteuererklärung anrechnen. Ab Mai bin ich als Kameramann selbstständig, Einzel- und Kleinunternehmer. Brauche ich zu Beginn einen Steuerberater, obwohl ich nur wenige Aufträge erwarte? Ich werde Selftricks für die Buchhaltung nutzen. Nein, es gibt keine gesetzliche Pflicht, irgendeinen Steuerberater zu beauftragen. Wenn du dir das selber zutraust, mach selber. Ich meine, also wirklich, wir haben für alle wichtigsten Herausforderungen, die du mit deiner Selbstständigkeit hast, haben wir ein Video auf diesem Kanal. Probier es selber. Wenn du dir das zutraust und da Bock drauf hast, dich da reinzufuchsen, mach selber. Es gibt gar keine Pflicht, irgendeinen Steuerberater zu beauftragen. Sag ich als Steuerberater, der geile Mandanten akquirieren möchte. Wenn du selbstständig bist und gerne einen Steuerberater hättest und nicht so bist wie Hannah, sondern sagst, ich habe auf den ganzen Kreml überhaupt keinen Bock, dann klick doch auf den ersten Link in der Videobeschreibung und dann können wir mal telefonieren. Oder du telefonierst mit unseren Kollegen und dann wird das vielleicht was mit uns und so. Aber du musst es nicht. Müssen für Bewirtungskosten immer mehr Menschen als ich selber auf dem Bewirtungsbeleg stehen? Sehr dankbare Frage, weil sehr einfach zu beantworten, ja, immer. Du darfst dich nicht selbst bewirten, also darfst du schon, du darfst es aber nicht von der Steuer absetzen. Geht nicht. Das Einzige, was du stattdessen hast, sind die Verpflegungsmehraufwandspauschalen, wenn du außer Haus unterwegs bist. Mein praktischer Tipp, wenn du regelmäßig, und das habe ich bei mir, also ich und Bekannte oder Bekannte und ich, Esel und sich selbst zuerst nennen, ein paar Bekannte und ich haben uns regelmäßig auch so zum Essen getroffen. Wenn du dich mit Leuten triffst, mit denen du auch arbeitest, sei bitte nicht so doof und bezahlt jeder für sich. Weil dann hat jeder Bewirtungsbeleg für sich selbst und kann es nicht absetzen. Ladet euch halt einfach gegenseitig ein. Einmal der eine, dann der andere und so weiter. Und dann hast du am Ende immer die gleichen Kosten getragen, kannst es aber absetzen, weil du halt den Bewirtungsbeleg mit dir alleine nicht absetzen kannst. Du hast vorhin Homeoffice mit Arbeitszimmer gleichgesetzt. Wie ist eure Erfahrung mit Wohnzimmeroffice bei Freelancern? Pauschale akzeptiert, ja oder nein? Sehr, sehr gute Frage. Ja, stimmt natürlich. Du hast erstens hundertprozentig recht. Homeoffice habe ich vorhin gleichgesetzt mit Arbeitszimmer. Im normalen Sprachgebrauch ist es das gleiche steuerlich, ist es nicht das gleiche Arbeitszimmer. Ist es das Ding, wo du die Tür zumachen kannst, ein separat abschließbares Arbeitszimmer? Homeoffice ist das nicht. Homeoffice ist, du arbeitest zu Hause, egal wo. Es gibt ja, also seit diesem Jahr wurde die ganze Regelung rund ums Homeoffice, Heimarbeitsplatz, Arbeitszimmer wurde neu geregelt. Wenn du kein separates Arbeitszimmer hast, kannst du sechs Euro pro Tag, den du zu Hause arbeitest, quasi als Homeoffice-Pauschale absetzen. Also sechs Euro pro Tag. Das heißt, du musst irgendwo dokumentieren, an welchen Tagen du zu Hause gearbeitet hast. Das kannst du machen, nicht an allen Tagen des Jahres, sondern an bis zu 210 Tagen im Jahr. Das heißt, 210 Tage mal sechs Euro sind 1260 Euro. Das ist das Maximum, was du absetzen kannst. Das ist die Homeoffice-Pauschale. Das ist nicht die Arbeitszimmer-Pauschale. Das ist die Homeoffice-Pauschale. Das Ding ist, Arbeitszimmer-Pauschale ist auch 1260 Euro. Das macht gar keinen Unterschied. Deswegen, wenn du im Wohnzimmer arbeitest, dann hast du eigentlich nur noch die Möglichkeit, diese sechs Euro pro Arbeitstag abzusetzen und damit überhaupt gar kein Problem. Die ist extra dafür, die ist während Corona quasi in Anführungszeichen erfunden worden. Die wurde jetzt deutlich ausgeweitet. Überhaupt gar kein Problem. Haben wir Erfahrungswerte, haben wir zigfach, hundertfach wahrscheinlich schon erklärt. Überhaupt gar kein Problem. Die ist ja genau für solche Wohnzimmer-Offices, ich will nicht sagen erfunden worden, aber doch genau dafür wurde sie erschaffen. Wie schlimm ist es, wenn man Rechnungen und die Buchhaltung mit Excel-PDFs erstellt und das Ganze ausdruckt? Ist das rechtlich in Ordnung? Ich kann die 100% rechtlich saubere Antwort geben und die nicht ganz 100% saubere. Also nein, du wirst mit Sicherheit gegen einige Regeln verstoßen. Und zwar, du verstößt vor allem gegen die GOBD. GOBD klingt erstmal nicht besonders furchteinflößend. Jetzt müsstest du noch wissen, wie das Ganze ausformuliert heißt. GOBD heißt ausformuliert, Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff. Das ist die Langform von GOBD. Das Ding ist, du darfst halt, du musst etwas unveränderbar abspeichern. Das heißt, deine Buchhaltung muss so abgespeichert sein, dass du es anschließend nicht mehr überschreiben darfst oder wenn du es überschreibst, dass der Änderungsverlauf deiner Dokumente nachvollziehbar ist. Das Ganze ist pauschal bei sowohl Excel nicht möglich als auch PDF. Weil sowohl Excel kannst du einfach die Felder ändern irgendwann mal. PDFs gibt es auch Bearbeitungsprogramme, wo du PDFs bearbeiten kannst. Also es gibt schon ein bisschen Probleme, da verstößt du definitiv gegen die GOBD. Die Frage ist, wie dramatisch ist das? Also ist immer so die nächste Frage, was passiert, was passiert, was dann, was dann, was dann? Im Zweifel, wenn das Finanzamt irgendwann mal deine Buchhaltung anguckt, sagen sie, nicht GOBD-konform, wir glauben das nicht. Wir, in Anführungszeichen, verwerfen deine Buchhaltung, wir haben kein Vertrauen in deine Buchhaltung. Wir schätzen jetzt, wie viel Umsatz du gemacht hast, weil du kannst uns hier bescheißen. Du kannst nachträglich Sachen ändern, wir glauben dir das nicht mehr. Und dann fängt das Finanzamt zu schätzen und die schätzen halt in der Regel mehr, als du da selber angegeben hast. Und das ist das große Problem, was du haben könntest. Deswegen würde ich dir dringend dazu abraten. Deswegen würde ich dir empfehlen, dass du ein professionelles Buchhaltungsprogramm benutzt. Und ganz, ganz wichtig, wirklich ganz, ganz wichtig, such dir ein Buchhaltungsprogramm aus, was GOBD-konform ist. Das sind nämlich die meisten Online-Buchhaltungs-Cloud-Lösungen nicht. Ich werde dir jetzt keine Buchhaltungsprogramme outcallen und sagen, ey, guck mal, die haben diese ganzen Zertifikate nicht. Die sind alle nicht GOBD-konform. Aber die meisten Online-Buchhaltungsprogramme sind nicht GOBD-konform. Das heißt, du bist mit einigen Online-Buchhaltungsprogrammen genauso am Arsch wie mit Excel und PDF, wenn das Finanzamt mal auf den Trichter ist und das dir vorwerfen will. Und das ist deswegen ganz, ganz wichtig, schau dir das an. Du kannst ja immer die Software suchen. Ich gebe ein Beispiel, wer es gut macht. LexOffice. Du kannst einfach LexOffice, GOBD googeln und dann findest du das Zertifikat. Die sind geprüft von Anson Young, EY. Gut, die haben auch Wirecard geprüft. Nein, Scherz beiseite. Nein, stimmt ja tatsächlich. Aber die haben Schutzsoftware-Zertifikat. Da kannst du davon ausgehen, dass die wirklich GOBD-konform sind und dass die diese ganze Thematik auch softwareseitig abgedeckt haben. Das wirklich kackfreche ist, dass du im deutschen Recht tatsächlich Buchhaltungssoftware verkaufen kannst, ohne GOBD-konform zu sein. Und wer haftet? Nicht der Softwarehersteller, sondern derjenige, der es nutzt, der dem einfach geglaubt hat, dass das so rechtlich sauber ist. Decept schreibt noch, kann man also gar nicht mehr legal ohne gegen GOBD verstoßen, selbst Buchhaltung machen ohne irgendein Tool? Naja, doch schon. Du könntest theoretisch jeden Bearbeitungsstand, also du brauchst halt so ein Dokumentenmanagementsystem, wo du das quasi drin abspeicherst, wo jeder Veränderungsschritt und so weiter, das geht. Du kannst 100% papierbasiert arbeiten. Da sieht man die Änderung. Also wenn du per Hand irgendwas durchstreichst oder veränderst, das geht. Und wer zum Beispiel auch Veränderungen mitschreibt, das ist, die Kopfschmerzen willst du dir nicht antun, ist tatsächlich Google Docs. Also wenn du nicht Excel benutzt, sondern Google Docs, weil du siehst den Veränderungsverlauf von Google, also von Google-Dateien. Das Ding ist, es ist deine Verantwortung, das sicherzustellen, dass das wirklich im Zweifel in acht Jahren noch nachvollziehbar ist. Und wenn Google sich in fünf Jahren überlegt, dass sie das doch nicht mehr speichern wollen und dir nicht mehr zeigen wollen, dann hast du das Problem. Also es gibt schon Wege auf der anderen Seite, wie teuer ist so ein Online-Buchhaltungsprogramm, was GOBD-konform ist. Das kostet jetzt ja auch nicht die Welt und das ist meistens wert. Es gibt schon Wege, wie du es anders machen kannst. Ich würde immer sagen, investiere deine Zeit in was Sinnvolles, als jetzt unbedingt auf Teufel komm raus, um Tools herumzuarbeiten. Marco schreibt ein ganz wichtiges Thema, Ding auf noch. Auch der E-Mail-Verkehr müsste so gesehen GOBD-konform archiviert werden, zumindest relevante E-Mails. Macht das überhaupt jemand? Wer prüft das und wieso, ob man das umgesetzt hat? Richtig, genau. E-Mails, wo so Angebote drinstehen, wo, also ich würde mal sagen, die E-Mails werden als Vor- und Nebensysteme bezeichnet. Nicht nur die reine Buchhaltung muss GOBD-konform sein, sondern auch Vorsysteme und Nebensysteme. Und Vorsystem ist zum Beispiel, du hast mit einem Kunden im E-Mail-Verlauf das Projekt besprochen. Und das sind ganz bestimmte Projektsachen, was muss gemacht werden, für welchen Preis und solche Sachen. Das ist quasi ein Vorsystem, das muss auch GOBD-konform archiviert werden. Sondern ich kann euch nur sagen, was gemacht werden muss. Rein praktisch kann ich sagen, das ist zumindest bei Einzelunternehmen, seitdem ich tätig bin, noch nie Thema gewesen, dass da das Finanzamt hingegangen ist und gesagt hat, nee, wir glauben deiner Buchhaltung nicht. Das habe ich persönlich noch nicht erlebt. Einfach, weil das da auch, also habe ich nicht. Aber am Ende ist es Mut zur Lücke. Es ist so wie in der Uni, ihr könnt auf Lücke lernen für eine Klausur in der Schule. So ähnliches Buchhaltung auch. Ich kann euch nur sagen, das und das muss gemacht werden. Die Entscheidung, ob es euch das dann wert ist, liegt so ein bisschen bei euch. Ja, es gibt schon Lösungen. Ich glaube, wenn man da mal GOBD-konforme E-Mail-Archivierung sucht und so, das ist nicht viel Arbeit. Das sind auch keine vielen Kosten. Man muss sich halt nur mal aktiv mit dem Thema beschäftigen. Deswegen habe ich mich an dies unfassbar, ich hasse das Thema selber abgrundtief, habe ich mich damit mal beschäftigt, habe ein paar Videos aufgenommen. Die kommen demnächst auf diesen Kanal. Deswegen abonniert den Kanal. Nein, ernsthaft, die habe ich aufgenommen. Abonniert gerne den Kanal, dann kriegt ihr die mit. Ist ein Pain-Thema, worauf keiner Bock hat. Was null, es produziert keinen Wert. Also ihr macht keinen Cent mehr Umsatz, wenn ihr das macht. Und es nervt einfach nur. Nächste Frage. Kann ich jedes Jahr einen Laptop absetzen und den alten privat verkaufen? Erste Frage. Ja, du kannst jedes Jahr einen Laptop kaufen und absetzen. Zweitens. Privat verkaufen. Nein. Wenn du dein Laptop geschäftlich kaufst, ist er Betriebsvermögen. Dann kannst du den nicht privat verkaufen, denn wenn du den verkaufst, ist es eine Betriebseinnahme und that's it. So, ich weiß, es gibt noch wahnsinnig viele Fragen. 37 sind hier noch offen, der ganze Chat ist noch da. Aber ich bin euch zutiefst dankbar für die Zeit, die ihr mir geschenkt habt. Wir sind jetzt dicht an anderthalb Stunden dran und tatsächlich ist das der letzte Tag in unserem Büro bei Contest. Und ihr seht schon hier so auf der anderen Seite, ihr seht schon, hier wird abgebaut im Hintergrund. Das heißt, ich muss jetzt langsam den Raum räumen. Die nächsten Videos, die wir aufnehmen, die werden wahrscheinlich nicht anders aussehen, aber für mich anders sein, weil wir aus einem anderen Büro aufnehmen. Wenn ihr auf der Suche nach einem Steuerberater seid, checkt aus den ersten Link in der Videobeschreibung. Wenn ihr Freelancer seid, Dienstleistungen macht, online arbeitet und so weiter, checkt unbedingt mal malt.de aus. Und ansonsten hat mir wieder viel Spaß gemacht. Tatsächlich haben wir jetzt eine mittellange Pause mit Webinaren, weil wir erstmal umziehen müssen und alles im neuen Büro erstmal aufbauen müssen. Und ich bedanke mich ganz herzlich.